Musik Das war mal meiner. Baujahr 77. Das war vielleicht ne Zeit. Naja, jetzt hab ich ihn meiner Enkelin geschenkt. Ich hab ihr gesagt, fahr einfach drauf los, egal wohin. Nimm ein paar Freunde mit, hol dir die Sonne an Bord, das Meer und mehr brauchst du nicht. Sie befinden sich auf der schnellsten Route. Und dann guck einfach, wo du landest. Der Bulli weiß schon, was er macht. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. So. Und wenn du an eine Weggabelung kommst, fahr einfach weiter. Der Bulli braucht kein Navi, oder wie das heißt. Sie haben ihr Ziel in Kornfeld 22 erreicht. Und wenn es uns nicht gäbe und kein Navi, weißt du, wo der Bulli dann hinfahren würde? Genau. Die Zeiten ändern sich. Der Bulli bleibt. Die Zeiten ändern sich. Untertitelung des ZDF, 2020